So. Ist hier lokalisiert? Achso. Na gut. Aus dem Kastello entkommen? Ja. Ob ich... Wartet mal. Ja, das Fenster ist offen. Danke. Meine Fresse. Huch. Nein. Okay, das habe ich irgendwie anders in Erinnerung. Oh, weia. Komm schon. Hm. Fuck, war hier nicht irgendwo Stroh? Äh, mein Gedanke war gut, aber irgendwie... Da ist Stroh. Alles klar, okay. So. So, Kollege, ich muss mal ganz kurz den Tomschlag hier benutzen. Zwei der Gemälde fehlen! Passt auf, hier ist ein Dieb! Oh nein! Zwei der Gemälde... Müsste ich nicht drei haben? Ich bin gerade etwas verwirrt. Fünf von fünf Gewählen gefunden. Okay, scheinbar ist alles gut. Zwei der Gemälde fehlen. Eins haben wir von dem Typen. Ah ja, zwei wurden ja nur verkauft. Ist okay. Nee, nee, nee. Schon gut. Ich dachte, ich hätte drei klauen müssen. Aber die Ladies sind gut, ne? Muss man mal so sagen. Ach komm, egal. Eigentlich wollte ich auf die Gondel... Jetzt nicht mehr, Ezio. Aber die Ladies sind gut, ne? Ich muss mal gucken. Ich glaube, ich mach sogar zwei Parts draußen. Ich hab keine Ahnung, wie lange ich jetzt hier schon bei bin, aber... Oh! Irgendwie war ich jetzt gerade total pech, dass die Michele angreifen werden. Weiß ich nicht warum. Komm her hier. Schatzili. Was ich glaube, was ich da tue, das ist immer eine sehr gute Frage. Äh... Pferdchen passt da nicht durch, und nu? Die Bürgerwehr ist ja auch doll, ne? Packen Gas! Krass! Übrigens... Ach, jetzt geht's zur... Da Vinci's Werkstatt wieder, ne? Genau. Jetzt bin ich ja mal gespannt, dieser Tempel. Es wäre noch krass, wenn ich in diesem Spiel... Also während dieses Spielverlaufs noch... ...tatsächlich daran... ...teilhaben könnte. Vielleicht sogar in den Tempel gehen, oder so. Aber ganz so krass glaube ich jetzt nun doch nicht. ... Habt ihr etwas gefunden? Da ist nichts. Keine Papiere, nichts. Das gibt's doch nicht. Etwas muss an den Gemälden sein. Denk nach! Ich habe nachgedacht. Diese Gemälde sagen mir gar nichts. Salai... ...hat Leonardo seine Forschungen nicht verschlüsselt? Er schreibt manchmal rückwärts. Etzio, er hat auch Tinten hergestellt, darunter auch eine unsichtbare. Aber unsichtbare Tinte kann man doch nicht sehen. Oder doch? Klar, Blaulicht. Etzio, benutzt eure Gabe! Davon wisst ihr also auch? Hahaha. Und dann rückwärts liegen. Leonardos versteckte Zeichnung... ...zusammensetzen, um den Eingang zu Katakomben mit dem Tempel der... ...Pythagore... ...Pythagore zu finden, okay? In weniger als fünf Minuten finden. Was? Ach ne, Zoom. Ah, fuck! Sind auf dem Bild noch mehr Zeichnungen? Ich schaue es mir nochmal an. Wo muss ich das andere auch nochmal finden? Wo war denn das? Da... Hier ist noch eine. Dieses wurde vollständig abgesucht. Ach so, das ist nachher wie... ...die Weltkarte bei... ...Mario. Ach du Scheiße. Leonardo, was hast du da getan? Hab eine. Ach, das sind nur zwei? Mit diesem seid ihr fertig, wie ich sehe. Woher weißt du das, Mensch? Das hier wird wieder zurückgesetzt. Ich weiß nicht, ob ich es in fünf Minuten schaffe. Wie viel müssen wir denn? Zwei. Alter, wo denn? Da. Gut. Oh, das wird spaßig. Ach du Scheiße. Auch ne Zwei. In diesem waren auch zwei versteckt. Was ist das denn? Ein Marder oder sowas. Hermelin. Brettchen. Ich hab eine. Ach du Scheiße. Äh. Ach da. Ich habe zwei gefunden. Mhm. Jetzt hab ich wahrscheinlich ein riesengroßes Bild, wo ich dann puzzeln muss. Ich habe alle Bilder gefunden. Sie scheinen sich zu ergänzen. Dann zeichnet sie ab. Bringt mir Papier und Feder. Oh Gott. Puh. Gut. Mal schauen. Ist das eine Karte? Zeigt mir den Eingang. Ich muss die Teile erst richtig anordnen. Wartet. Was ist mit den verbrannten Gemälden? Vielleicht werden die fehlenden Teile nicht gebraucht. Würdet ihr darauf wetten? Äh. Nein. Man versucht zuerst mal. Dann könnt ihr immer noch spekulieren. Äh. Nehmen. Okay. Wartet mal. Nein! Interagieren. Okay. Wartet mal. Dann äh. Packen wir mal da hin. Das ist Norden. Okay. Moment. Das Drehen. Frag mich nicht warum. Das kann sein, dass ich das immer nochmal verändern muss. Ne. Das wird nicht passen. Bisschen wenig, ne? Teile. Ähm. Keine Ahnung. Das sind meistens die Ecken, die fehlen. Wenn ich das hier richtig deute. Ähm. 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 Ne. Da fehlen aber viele. In dem Fall. Äh. Fünf Teile auf dem sechsten Bild. Das ist ganz schön heftig. Hier. Der Eingang zu dem Katakomben. Geht. Bringt ihn mir zurück. Halte durch, alter Freund. Ich komme. Bringt ihn mir zurück? Warum hat man bis jetzt noch nie was von dem gehört? Wo müssen wir überhaupt hin? Katakomben, Katakomben, Katakomben. Ach, da. Das ist ganz um die Ecke. Aua! Pferd. Diese Pferde. Manu. Wenn die eine Wache umrempeln, dann kriegen sie das Laufen. Das ist wie so ein NPC. So nach dem Motto, ich habe Unrecht getan und muss weg. Das ist suboptimal. Ach, ich bin gespannt. Geht weg, der Wachen. Ihr habt im Weg gestanden. Ich kann auch nichts dafür. Wir haben in dieser Stadt jede nur denkbare Gold angetan. Oh, da haben sich wieder zwei gefunden. Oh, was war das denn gerade? Ach, da. Ach, das Romulusgrab, wo ich mir noch gedacht habe, das ist das sechste Romulusgrab. Na dann. Guck an. Ich habe immer gedacht, wo ist das sechste? Ich wusste ja nicht, dass das damals im Vatikan ist. Und da habe ich mir gedacht, dass hier... Ich bin schon mal drüber gestolpert. Guck an. Man lernt doch nie aus. Und übrigens, by the way, ich habe vorhin schon gesehen, dass da Unsynchronitäten im Videomaterial sind, aber... Also in den Videosequenzen. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Boah, jetzt geht es gegen Hundtote. Nein, natürlich nicht, aber... Wird cool. Die Katarik kommen betreten, um Leonardo zu finden und von seinen Führern zu befreien. Akzeptieren. Kein Quadrat der Gesundheitsinzeige verlieren. Könnte schwierig werden. Äh, muss sein. Muss sein, Leute. Das Schöne ist, solche Sequenzen werden abgeschlossen und sind dann wirklich fertig. Also, das heißt, jede Kiste, die gesammelt ist, äh... Braucht man kein zweites Mal sammeln. Uh! Oh, das klingt, als wenn die Leonardo foltern. Oh, komm schon. Ich wollte auch nur einen Schrumpelkopf haben. Oh, oh, oh. Was? Achso. Oh! Aua. Sag mir, wo der Eingang ist. Okay. Wie naiv von mir. Zu glauben, du strebst nach Wissen, so wie ich. Was haben wir von Wissen, das wir nicht anwenden? Wir haben die Möglichkeit, eine bessere Welt zu schaffen. Eine, in der wir frei sind, unser eigenes Schicksal zu schmiegen. Und was, wenn ich lieber kein Teil deiner Vision wäre? Das wäre dumm. Siehst du es nicht? Wir vernichten die Unwissenheit, befreien die Menschen von ihren... Äh, wo muss ich hin? ...und kündigreichen von ihren tierischen Gefühlen. Jedermann wird die Wahrheit erkennen können. Mich hier im Dunkeln zu verprügeln, wird das Volk Italiens erleuchten? Pythagoras vollkommene Zahl steckt in diesem Tempel. Wir wissen es beide. Die Zahl findet sich in der ganzen Natur, in allen Dingen. Sie ist die Quelle. Mit ihr können wir die Köpfe und Hermetischen öffnen. Und sie mit Wissen füllen. Ach du Scheiße. Der Herr ist gescher. Das ist der hermetische Eid. Zusammen verwandeln wir die Menschheit in Götter. Jetzt zeigt mir den Eingang. Warum? Weißt du etwa nicht, wo er ist? Wie könnte ich? Du kennst die wünschen und nötigen Menschen. Ich dachte, einen einfachen, versteckten Eingang zu finden, müsste dir leicht fallen. Du... Wo ist er? Rat. Ich habe genug von deiner Sturheit. Halt! Halt! Etzio Auditore! Ihr, der ihr Cesare Borgia festnahmt, römischer Ignoranz ein Ende setztet, überzeugt unseren Freund Leonardo, den Tempel zu öffnen und das goldene Zeitalter einzuleuten. Soll ich unseren Freund mit Tritten überzeugen? Oder wäre euch meine Klinge lieber? Im Gegenteil. Mir wäre nichts lieber als eine freundschaftliche Lösung. Helft Leonardo, Vernunft anzunehmen. Mit der vollkommenen Zahl können wir die Menschheit neu erschaffen. Nicht nach meinem Credo. Dann findet die Revolution ohne euch statt. Oder 42? Ucci derlof! Aber wo ist er jetzt? Erledigt ihn! Leonardo, ich muss es wissen! Oh Gott. Tut mir leid, ich gehe auf die Klinge. Das andere Ding ist mir einfach zu schwer. Nein! Das ist irgendwie merkwürdig manchmal. Deine Armee beseitigt oder was? Los! Stoppt ihn! Wie einfältig! Haltet euch fern von mir, Assassino! Komm her! Im Inneren sind wir alle gleich. Hätte ich das nicht tun dürfen? Im Inneren... Ich hätte noch mal zu Ende hören sollen. Ihr? Ein Assassiner? Ein Feind des Wissens? Man muss die Wahrheit aus freien Stücken suchen. Zwingt ihr sie anderen auf, erreicht ihr gar nichts. Diese verlorenen... verfeindeten Reiche! Ich hätte ihr Leiden beendet. Che du possa conoscere la verität nella morte. Requiescat in pace.